Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Im letzten Monat habe ich die 500 Abonnenten Marke geknackt und als verspätetes 500 Abonnenten Special habe ich mir überlegt, dass ich dieses Handy hier, welches ich bis vor kurzem verwendet habe, komplett zerlegen werde. Als Hilfsmittel nehme ich insgesamt vier Messer, eine Dosenöffner und eine Schere. Mal schauen, ob ich es hinbekomme, dieses Handy hier komplett zu zerlegen. Das Backcover ist ja ohnehin weg und die Innereien sind hier schön zu sehen. Also eigentlich dürfte es nicht so schwierig werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.